Hey, ich habe drei Samt-Outfits und die finde ich so cool, dass ich unseren BG-Pilot zu einem Laufsteg umgewandelt habe, um euch diese Outfits zu zeigen. Das erste Outfit ist ein sehr günstiges Kleid, was mir aber trotzdem sehr gut gefallen hat. Es ist etwas elegant und schicker und in Rot und ja, viel Spaß beim Angucken. Das erste Outfit ist ein sehr schönes Kleid. Das ist ein sehr schönes Kleid. So, das zweite Outfit ist kein Kleid, das ist ein grün samtes Oberteil und ich finde das total schön, so für den Alltag oder auch fürs Büro. Und das habe ich zusammen mit etwas höheren schwarzen Wildlederstiefeln kombiniert. Ja, viel Spaß beim Angucken. Ja, viel Spaß beim Angucken. Das dritte Outfit finde ich ehrlich gesagt am coolsten. Es ist ein blaues Kleid, etwas geradliniger, elegant geschnitten, welches ich zusammen mit einer weißen Cap und mit weißen Sneakern trage. Ja, viel Spaß beim Angucken. 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 Das waren auch schon meine drei Samtoutfits. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn sie euch gefallen haben, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!